Ich schießt Hallo wieder mal um eine Aufnahme hier diesmal spiele ich als Miss Fortune und wir haben um Stefan als Fiddlesticks und Dello als Schoge und außerdem noch Soraka und Xin Zhao bei uns und als Gegner in die Pantheon, Marseille, Dr. Mundo und Jax also sie sind alle aufbauen, wollte ich das nur mal so sagen Stimmt ja eigentlich damit du am Ende eine Ausrede hast, ne? ja selbstverständlich ja also ich bin Dello, ich weiß nicht ob wir die letzte auf dem Hochladen werden, mal sehen und wie ihr seht in der Mitte, ich spiele Chogas und zwar auf Tank, weil der nämlich rockt ja ok Stefan ich spiele Fiddlesticks, auch wenn Arndt mich jetzt gerade Stefan genannt hat, ich bin Dark Legacy zu sehen als Fiddlesticks, wie ich auch schon gesagt habe, toll ja ja und ich, ich ich ganz alleine, jawoll ich ganz alleine Alter, machst du hier halt irgendeinen Scheiß gehen, wenn das sein? ja, irgendwie komisch so, da werden wir dann ha, ich renne darf ich mit Lane gegen Annie reden, Herr Pfann? jo ja warum ja warum wie ist das mit Lane? ich bin mit Lane auf dem Rage-Schnitt, wenn das sein mhm ja dazu sagen muss man vielleicht, dass Soraka und Sinzau und Vandome sind und nicht Prevade sind, also wenn die Fällen nicht unsere Schulden naja Soraka hat kann man ein Failfest Item ja ja, ja Soraka hat eine epische Fähigkeitsstärke ja, ist ja naja ach ja, du hast ja eine komische Passive Fähigkeitsstärke, in der du so schnell rennst ja ich weiß, was ich füge auf in den Busch wobei, warum hat sich jetzt Soraka Mana Manipulator zuerst gekauft? Das Fail ja, nein, da fügt den Zau, der spielt doch übelst auf Mana und äh, echt? ja, das helfsehen Hallo Marco hallo But, den die 42 Jahre oh mein Gott, der tanzt, der wird auch tanzen ich auch auf mit den gehäten Haar-Koreked schon ab das ist richtig über jeden so, jetzt haben wir das Bild beschlossen Frank Chou geht auch mit einer Aufnahme mit drin ich kann auch keiner hören meine beiden Lieblinge, oh, Dank um runden Ja schiefst du ja komm 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 oh bei der Welt der Fall ist oben okay wer ist denn in der Mitte Dr. Mundo auch die Gegner haben vier Nahkämpfer was für Opfer Dr. Mundo er wird das in den Ball heranlaufen schiefst du siehst du auch schon vor Ort der Scheiß wie Jax oder der Bex haben die Gegner auch er hat sechs Überraschungen wundervolle Artex sechs in der Mitte ja mal sehen wie das wird ich habe schon morgen Kaiser der konnte was ja auch mit Portemüro ja vor dem Fall hier mit der Meisterin ich bin wie geil wenn wir unten betrachtet sich selbst mit seinen Fähigkeiten er hat nicht festgestellt nachdem er es erstmals ist doch so schlecht er kann es überhaupt selbst für die Zelligkeitschaft man kann er nicht aber wenn er nicht wenig Leben hat dann kann er so nicht einsetzen glaube ich das ist die Stelle nachschuldigung so dass man schlusswerfen das Portion ist ja auch ein schöner Konter gegen maler gegen um in den Kulti das Ding werden müssen und die gegen Wunder auch was das Wort die zweite Zeit lang vor Ort muss haben gespielt können was sind nicht mehr dann wird die Heidelberg nicht Prozent im großen Teil seines Lebens wieder und ich kann Heilung verringern mit einer der Fähigkeiten die bis ausweichen zu Stana hätt's genau so machen können wenn die einfach jedes Mal mit seinem kleinen Beil fehlt stellt sich in den Busch und wirft von dort aus das Beil genau das ist die Schilder bei den Bibel die schwarze die die das 6 Dominik die Welt ist ein Patient dominiert die ein aber sie sind ehemalig und leute vorhanden sagt dass wir alle aber auch was ach du hast ihn gezwungen ja ich habe es dann gemacht wird sie erlaubt das ist das das zweite ist ein krassisches Latschen Scheiße auch schon Ariefer zu viel wie viel Leben er sich selbst abzieht mit seinem Bein das ist wenn wir vielleicht ein Palast zu setzen es zum Leben ausfüllen nach von mir ist kein Lasitz so ok reicht kloppt ruf ja mach ich oh mein Gott Doktor Mendo ich hab's in deinem Bein vor allem wenn du viel Leben hast macht's mehr Schaden achso ja gut ist natürlich schon scheiße irgendwie ja Jax fängt natürlich mit Ninja Tavi an das muss man aber auch machen als Jax ja vielleicht nicht unbedingt direkt als allererstes ja ja gut aber das ist ne für den Anfang eigentlich was lustiges weil du stunnst ja deinen Gegner wenn du ihn mit Jax ausweist ja gut aber im early hab ich ihn ja geflössert tolles deutsch by the way ne nein das ist vielleicht was keine tolle Idee ja ich frage mich ob Jax auch mein meiner Kuhfähigkeit ausweichen kann ist das das wo du hier diesen komische Kreis mit den vielen ne ne das ist ähm durch zwei ähm Gegner ähm dafür das gerade eben was ich grad gefällt hab ich weiß was ich ansonsten gibt's ja ja tötet lieber sein es sei dass die Top-Late der Gegner die einzige in dem sie nicht wirklich fehlt ist scheiße ich hab keinen Fall so vielleicht kommen 500 Kohle oder ja 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 und die Top-Late und dann lässt sich natürlich erst von diesen Gegner Top-Late Pro-Late Na wenn du vielleicht den Tower durchgepusht hast könnt ihr ja mal denken kommen oben ja dann wird sie noch ein bisschen hinziehen bis ich durch die Buchstab ja stimmt kein Problem wirf dein Bein wo bevor ihr irgendwie fail es ist es wirklich jedes Mal zwischen beiden es ist ja schlecht dann kommen die runter oder kommt er runter wer ist ja da ich wollte es nur gedacht haben nicht dass wenn es wirklich so ist wie geil er einfach nur fail das und er macht sich damit so kaputt im Endeffekt das das ist schon wieder lustig ok wir haben wir unten gerade Doppelmiss also nicht Doppelmiss einfach Doppelmiss einfach Doppelmiss bei diesen einfachen Beschlägen was wir hier wirklich nicht über die Fresse wurden die Fresse auch viel dass sie doch da jetzt ist es jetzt auch Maas sie der eine andere Stolz bei der Ersatzmedizin ja wie geil in der Geschirr hat das Recht hat die Welt seine Medizion und schon viel geholfen Bauer ist schlecht es ist schlecht muss man das mal so sagen das ist schlecht ich habe nur die Bestiebe ich habe nur die Bestiebe wenn ich vielleicht ein von diesen schwarzen ich weiß gar nicht wie das so englisch eigentlich klingt da also ich bin die deutsche Version Arto und Berg spielen die Englisch mittlerweile nicht mehr ich werde auch nicht spielen Englisch, aber das ist eigentlich nur geil Boah, dein Chase-Buy kotzt mich an, weißt du das eigentlich? ich geh mal schnell weg der ein klein wenig, sieht ein klein wenig wie nach dem Mist aus das kann passieren, das macht er hier irgendwie er kommt von hinten hätten da Selcene da reingepackt ja wahrscheinlich Soraka wer sonst? Soraka bot? oh ja, da ist er ich bin mal kurz weg erwarte noch bis ich ankomme ne, 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 geh ruhig, geh ruhig hm wirft dein Ball Doktor Mundo Alter ist ein gestischen Feuer skill ja damit entzieht er sich auch jede Sekunde leben ich weiß, ich hab noch mal gespielt, ne Zeit lang ne Zeit lang ich hab wieder einmal gespielt als er in der Rotation war Baaaaaah ah scheiße der macht wahrscheinlich seine Ulti ja das ist seine Ulti na, ganz toll man hat die TIP-Skill auf dem Mitleid boah alter nein, war das ist der erste Arsch gerettet hab ich wirklich nicht ein Mann, das sind die Käse wie nicht gezeigt kann, aber die von der Gottemnade das ist gar nicht heilige Scheiße vielleicht hast du doch Mundo getötet? ja ich hab Mundo getötet Wann lasst denn bitte? mit meiner Ulti hat eben ach so, ich will dich auf was Überraschung das ist dann junger ja und ähm du hast sie mit deinem Festhalten in der Range gehalten der Spaß beginnt das ist gar nichts, das ist einfach nur ein Hochschmeißer oder Hochschmeißer mit dem Hochwerfen ja meine ich irgendwer schreibt, glaub ich ob du die Handy schreibst ob du die Handy schreibst hauen wir einfach auf den Turm drauf geh weg weg, geh weg, geh weg oh, warum, warum mich verdammt fail der mag dich nicht fail der mag dich nicht fail das ist wirklich bewiesen jedes Mal wenn ich SS schreibe kommt dieser verdammte Mitlane oder mit Lana auf meiner Lane und er da haha Masai hm 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 boah, verschreib ich jetzt mal an yeah, sie ert huller, da sind sie beide hhhhhhhhhhhhhhh jo, viele der Sticks vom� Foreign nein gelauft eh, ja Seilen verklemmert äh ja pass mal auf auf die Mitte ja ja ich seh's ich seh's ich bin schon gut ich finde es lustig wie einfach nur anderem fällt oh mein Gott Dr. Mungo oh mein Gott Dr. Mungo oh ich kann mal einer mehr das ist schlecht ja feile mit deinem Weil weil du es kannst Dr. Mungo ich bin jeweils ein bisschen FailCast kann sein noch einmal abgehauen hat der Flash genutzt ja ich hab nicht richtig Cast der Range wo ich habe beide getroffen haaa aber das Fail gerade ich hab kein Mahler für einen rechtswoche das funktioniert Blut drauf Mungo Pallaner ist worden mehr geht nicht weg doch ich muss es weitergehen na gut schon mehr schnell auch als er hätte eigentlich treffen müssen ja er ist auch gerade gesehen da haben die Geld ich bin die Doktor Mungo ich habe jetzt erst mal ja erst mal kommen kann so wegen Maastricht wohl kann ich mir nicht schon ich bin gleich da jetzt wird es sich jetzt okay wir haben alles wir haben Pantheon, der ist AD, AD aber was spielt denn Jacks? Jacks irgendwas dazwischen ja normale Bilder halt, du weißt du, damit gehen so AP spielt er, aber wie der neulich mehr sitzt, dann kann ich mich nicht so weiß er spielt nicht AP, er spielt ganz normal also Hybrid er spielt, er spielt auch MAAA kürzische auch vertreten ja 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 das ist so gut ja 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 steck vor allem was kann fehlen alter was ein wenn ich auch so fühle dass der jacks immer so ein bisschen eine fläger kann sein der jacks jetzt im team mit dabei ein bisschen eine fläger aber ich hab 5 zu 1 zu 0 Stats 1 TV die mögen den doch alle das weißt du ja die haben ihn voll lieb naja gut ich meine wenn er nicht mit mir gehen würde ich meine guck dir mal Sensor 0 2 0 leicht fail aber wenn sie dich fielen ist es immerhin schön da freue ich mich ich freue mich das kannst du noch einmal erzählen er steht mitten in meiner Range drin und nichts passiert in meiner hochwerfen Range Dr. Mundo ist gerade es um das mal politisch korrekt zu nennen hä, jetzt tötet ihr sich korrekt das tötet ich machst du die nein, das Dr. Mundo ist so eine Scheiße ich hab mein Ulti jetzt nämlich nicht einfach aufessen können Alter, der Mundo ist so schicht ja auch der Mundo hat gerade gesehen, dass der jacks oben ist boah ich geh mal eben nach oben ähm, naja oder erstmal in die Mitte jacks in Attacke klar, kurz bevor ich drauf drücke, renne ich schon weg warum drückst du dann drauf? hast du drauf gedrückt? wo drauf? sagst du sag kurz bevor er bevor du drauf drückst geht er weg hast du drauf gedrückt? nein, ich drück drauf aber so 0,2 Sekunden, dass ich nicht mehr reagieren kann da vor, renne weg mal seien aufessen er fällt mit seinem Bein, wie es geil ist, ich fresse ihn vor der Fresse ja, ich fresse ihn vor der Fresse, er hat ziemlich mega cool an ich fresse ihn vor dem Gesicht einfach alle möglichen mal seien weg schön, dass ich mein tolles, tolles Leben entziehen, der mal abgebrochen habe das ist immer gut das ist pro-like ah ähm äh, immerhin sind so auch ein Kill gemacht, dank meiner Hilfe boah, ist das aber schon, oder? dank deiner Vorarbeit genau deiner Handarbeit hm hör mal, bevor das Niveau hier, äh, abdrift wenn ich mir nochmal einen schönen Ding des Lebens zu Pantheon ist ein Freakill boah, eigentlich Annie auch, wenn du schnellst ich bin ich bin übermütig oh shit, Jacks da war schon nein, ich hab mal seinen Dank zündet so ne Scheiße hahaha der weiß ich, da steht fünf Verzeilen, alle umdacht zu mir rum ausreichend ach scheiße Annie ah, ist eh hilf mir so Raka die muss raus sein Töter diesen so Raka helfen mir ja, was, hier ist gerade eine Mitte, ne so Raka Jo, Jacks dein der Eider Antacke von mir ausgewichen ja, für den Krieg, ne Dankeschön jawohl und während ich zum Grunde gerade in der Mitte vielleicht der Port auch mit Läden, die hat da gerade das ausachten lassen danke dir, Ake Jo Alter, das macht sich zwar nur 60 Schaden, das scheißte denn, das ist bei ja, wenn du auch schon vier 6 das 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 schaffst du nicht, komm Waters das 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 der 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 die müssen. Jo, Soraka wills. Ja, Soraka macht den Job. Der bessere Set als Nachsensau, einfach bitte. Ja, da müsst ihr verstehen, Soraka, dass die Haut hält Schaden raus wie der Teufel, ne? Das im Bartschaden nur ein. Jaja, die kann nichts auch verheilen und verstummen. Ich bin schon groß und ihr kommt doch und spielt nicht mehr. Okay, ich bin aber erst viermal vollgefressen. Weil hier kann ich noch. Ach schon, lass mir mal bitte einmal sein, nicht ruhig. Ja, nein. Der dann friss. Ich bin noch größer als vorher kommt, doch und spielt nicht mehr. Otto ist nicht gefühlt. 312 und 82 Creeps. Ich hab mehr als du, Stefan. Ich hab mehr als Creeps als du. Den Torpockmann. Finde ich gut. Es liegt daran, dass sie in der Delo mir alle Lasten zählt, also... Haha, klar. Ja, vor allem, weil du in der Mitte bist, denn ich natürlich nicht, gell? Ja, ich konzentriere mich eh meistens auf Objects und, ähm... Ja? Downs on. OMG, OMG. Was? Ja, go-boxes ist auch hell gegen Eddie. Ach scheiße. Oua. Nein, nein. Was ist denn mal die Schnauze? Was kommt drücken? Was sind mal die Schnauze? Das ist auch kein Suicide. Kein Suicide. Flasche, Mann. Kann man nur so blöd sein. Geht doch. Was wär denn? Hmm. Ja. Ja! Auto... aaaaaaah! Auto rennen! Hopplaids helfe ich mir ausnahmsweise nicht! Jetzt darf er erstmal schwer angehen! Renn-Auto! Heißt bitte schon BLD! Hau mal irgendwas drauf! Scheiße Fail-Ulti! Schade! Kannst du verlangsamen Dr. Mondo? Jetzt nicht mehr! Außerdem was? Auf Kuhbauern! Ja, ich kann ihn hochwerfen! Friss ihn auf! Verdammt! Scheiße Auto, das war aber schön! Hä? Was? Das ist denn der soe Scheiß? Ja, mein Gott! Hau! Überraschung! Sicher, dass du mit mir fertig wirst! Waffe! Oh ja, in die Mitte! Was? Okay, Auto, ich geh mal schnell zurück! So, was will ich mir jetzt... Ja, ich will mir jetzt für Schuhe! So! Ja, schönes müssen wir doch! Fünf nicht drei Leute hier! Na, ich bin mal eben weg! Ne, ich bin in der Mitte! Ich bin in der Mitte! Ich bin in der Mitte! Und dann wurde getötet! Los, Ura, kaputt! Tönte sie! Ich bin in der Mitte! Ja, gut! Ich finde doch irgendwie, ähm... Das Fortune's Ulti, naja... Kann man da irgendwie zu leicht entkommen! Ich bin in der Mitte! Ich bin in der Mitte! Oh! Ich bin in der Mitte! Oh, die haben aufgegeben! Okay! So geht's auch! Naja, gut! Dann war's das halt! Ja! Bis zum nächsten Mal! Also dann, tschüss! Auf rein!